Logisch, wenn da hinter uns die Editor-Map ist, dann muss es da logisch weitergehen. Dann wusste ich doch, da ist noch eine Kirche. Beispiel legt mir automatisch so viel Zeug ein. Oh, scheiße. Ähm, das weg. So, jetzt muss ich mal gucken, wie es nochmal funktioniert der Helm. Nein. Ähm. Äh? Ach, kein Blam, ob ich jetzt draufkriege. Der Typ ist wohl ein praktischer Schalterpfer. Hahaha. Ach, 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 ach. 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 das ist ein bonen revier Scheiß Ernst jetzt? Jetzt hat einer als ernsthaft das Bullenrevier abgeschlossen. Jetzt kommt das Bullenrevier. doch ich habe muniz für die waffe es haben welche wichser das ding abgeschlossen scheiße man das ist dünn fürs alter dass so welche tüten existieren so was zu schließen müssen oh Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann nie viel machen gerade. Ja, komm, das muss jetzt sein. Ja, ich weiß, das gehört jetzt dazu. Sorry. Nochmal reinkommen. Es muss noch was rein. So, das muss jetzt sein. Ich muss das jetzt hinkriegen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen. Oh, scheiße. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen. Mein Charakter blutet jetzt aus oder was? Das muss mich jetzt verarschen. Hey, was ist das für ein Dümpfe? Ich werde nie wieder hier erfinden. Okay. Vielen Dank. So, machen wir es einfacher. Lo, es geht doch nichts hoch. Das brauche ich nicht. So, machen wir es einfacher. So, machen wir es einfacher. Das kann ein wenig so wehen, das verrecken, Alter. Man essen und trinken ist oben. Ich bin führer oder was ist das? Bewusstlos und tot. Ja, was ist denn das für ein... Ich habe gerade was getrunken. Wie kann man... Normalerweise eigentlich, wenn das Leben auffüllt, kann man nicht sterben. So kenne ich das eigentlich. Okay, ich kann eigentlich jetzt bloß noch gegen den Zombie kämpfen und mich töten lassen. Ich kann mich auch nicht verbinden. Ach doch, jetzt kann ich mich auch immer wieder verbinden. Nices Game, Alter. Weil gerade habe ich mich von selber versucht, mich zu... zu selber zu heilen. Wenn das die gleiche Stadt jetzt ist, da kann ich mein Zell vielleicht wieder rankriegen. Nee, die Stadt sieht anders aus. Ja. Die Thielen wohnen von uns alle zu... offen. Ich bin komplett woanders gespawnt irgendwie. Oh, hi. Leg dich doch nicht hin. Hallo. Nein, ich bin damit. Oh, 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 oh. Okay, dann machen wir es einfach. Ich würde mich hier aufs Screen komplett neu ausrüsten. Komplett und dann fürs nächste Mal bin ich dann ausgerüsteter als jetzt. Und mein Trinken ist gerade gefunden. Aber ich würde mich komplett aufs Screen neu ausrüsten, komplett mit meinem Rucksack. Gerade so mögliche, für die Komplettnummer nachfarben, alles. Und der Tod war gerade mega scheiße. Ich frage mich trotzdem gerade, wie das passiert ist, warum ich jetzt gestorben bin. Das ist da eigentlich Blödsinn gerade. Ich habe eigentlich mich geheilt. Deswegen verstehe ich es nicht, wie ich gestorben bin. Aber naja, okay. Okay, das ist Daisy. Da gibt es keine Wunder. Das ist einfach nur Schicksal gewesen, dass man Char so lange gelebt hat. Das ist das Lustigste. Ich hoffe, dass es trotzdem euch gefallen. Und wir werden uns das nächste Mal wieder sehen bei Daisy. Oder egal, was ich mache. Dann haut rein. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020